Dieses Projekt ist natürlich einzigartig in der ganzen Region. Ich würde sagen, wenn es es nicht gäbe, müssten wir es erfinden. Die alte Siegraschminnerei ist ein ökologisches und kulturelles und soziales Zentrum. Es ist getragen von einem Kinder-Jugend-Hilfe-Träger. Das heißt also, der Fokus auf Kinder und Jugendliche ist sehr stark. Wenn man sieht, was da alles in der Jugendarbeit gemacht wird. Die Kikubi, die Jugendkulturwerkstätte, was es da alles gibt. Circus Bambini ist sehr speziell. Afrikatagen. Bis hin zu Konzerte, Lesungen. Dann sieht man, was für ein Mehrwert es ist in der kulturellen Arbeit, in der Jugendarbeit, aber auch in der interkulturellen Arbeit. Also das ist ein Vorzeihprojekt für Nördingen, das weit über Nördingen raustragt. Die Post ist ja hier, die uns das verpachtet letztendlich. Das ist eine Erbbaupacht. Also die Post hat es auch nicht in ihrem Eigentum. Diese Erbbaupacht, die wird im Jahr 26 auslaufen. Und dann stehen wir vor der großen Situation. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Immer wenn man da ist, hat man auch ein Strahlen. Also wenn wir bei den Afrikatagen sind, sind wir immer auch das Vergnügliche, aber auch das Sinnvolle. Das ist ja hier, die wir liveet. Wir sind ein Rhythmus-Empfeiertes, wir sind eine Ausbildung der Vergnüり currently. Ich will es auch gleich mein Rhythmus-Empfeiertes, wir sind ein Rhythmus-Empfeiertes, Und ich will auch das Vergnüglichen sein. Und ich will es auch gleich sein. Wir sind ein Rhythmus-Empfeiertes, noch eine Sage übernimmt darstellen. Und ich will es auch der Probleme ausgleichen. Untertitelung des ZDF, 2020